servus und hallo ich begrüße euch und zwar machen wir mal ein video über die gratis gegenstände wo es gibt so ein weltfrauentag schauen wir mal her da gibt es das ganze wir feiern frauen holt euch vier besondere gegenstände in itemshop und hört euch schauen wir uns das ganze so freundes haben wir dann in itemshop da gibt es dieses item herzchen kannst gratis kaufen letztes einfordern perfekt dann kannst du die gratis lackierung nehmen es natürlich auch mit gratis ist immer cool und dann gibt es diese musik kennt ihr euch auch hier ist aber copyright und dann gibt es dieses spray kennt ihr auch gratis ab in itemshop nur heute das ganze wenn euch das ganze video folgt und kurs wird losselekt ab und jetzt mein kanal aktiviert die glöcke euch gebt mit dir, ciao, danke, sehr gut für dich.